Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch diese Aufgabe mitgebracht, bei der wir herausfinden sollen, welche Zahlen in die gelben Felder passen, sodass alle Gleichungen stimmen. Wir sollen alle Lösungen finden, also scheinbar gibt es nicht nur eine Zahlenkombination, die hier passt, sondern mehrere. Und ja, deswegen mit Ausprobieren kommt man hier eben nicht weit, weil man weiß ja gar nicht, wie viele Lösungen gibt es letztendlich. Deswegen gehen wir hier mal rein mathematisch ran und dass wir am Schluss dann auch sagen können, das sind alle Lösungen und mehr gibt es eben auch nicht. Wir nennen unsere Unbekannten mal a, b, c und d und stellen mal Gleichungen auf, die wir hier so rauslesen können. Zum Beispiel die erste Gleichung hier oben, a mal b gleich 15. Dann haben wir noch hier vorne die Gleichung, hier a plus c gleich 3. Eine dritte Gleichung ist die da zum Beispiel, c minus d gleich 5. Und eine letzte Gleichung, die wir hier rauslesen können, ist die da, b plus d gleich 12. Und damit haben wir vier Gleichungen, vier Unbekannte und dieses Gleichungssystem müssen wir nur noch lösen. Es ist allerdings ein spezielles Gleichungssystem, also kein lineares, wie wir es gewohnt sind, dass man mit dem Gauss-Algorithmus lösen kann. Hier ist nämlich a mal b drin. Also müssen wir schauen, dass wir die Gleichung ineinander einsetzen, hoffen, dass alles glatt aufgeht und dass sich dieses Gleichungssystem hier überhaupt lösen lässt. Deswegen schauen wir erstmal, wie das aufgebaut ist. Zum Beispiel die Variable a, die kommt nur in zwei Gleichungen vor, in den hier unten nicht. Die Variable b genauso, auch nur in zwei Gleichungen, in den anderen nicht. c kommt in zwei vor und d eben auch. Okay, also man wird das wahrscheinlich relativ gut ineinander einsetzen können. Deswegen starten wir einfach mal bei der ersten Gleichung, stellen die nach einer Unbekannten um und setzen das dann in die andere Gleichung ein. Vielleicht stellen wir die nach a um, indem wir dann durch b teilen. Seid immer wachsam, wenn ihr durch eine Variable teilt, ihr müsst sicherstellen, dass die nicht 0 sein kann, also dass ihr hier nicht aus Versehen irgendwie durch 0 teilen würdet. Kann b denn 0 sein? Nö, geht nicht. Hier soll ja 15 rauskommen und irgendwas mal 0 kann ja nicht mehr 15 werden. Das wäre 0, deswegen b selbst kann gar nicht 0 sein. Von daher haben wir gar kein Problem. Also können wir durch b teilen, dann steht a alleine da und rechts haben wir 15 geteilt durch b. Können wir so in den Bruch schreiben, dann sieht das Ganze schön kompakt aus. Dann haben wir die erste Gleichung also nach a umgestellt. Und da wir jetzt ja wissen, dass a nur noch an der Stelle vorkommt, würde ich mal sagen, setzen wir unser gefundenes a einfach mal in der zweiten Gleichung ein und gucken, was wir dann mit der Gleichung machen können. Also die zweite Gleichung statt dem a setzen wir eben 15 geteilt durch b ein, was wir gerade gefunden haben, und schreiben den Rest der Gleichung einfach mal so ab. Jetzt haben wir hier nur noch c und b in der Gleichung. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir stellen diese Gleichung nach c um. Dann haben wir nämlich a in Abhängigkeit von b und danach haben wir sogar auch schon c in Abhängigkeit von b. Also rechnen wir minus diesen Bruch da, damit das c auch wirklich alleine steht. Und rechts haben wir dann die 3 minus den Bruch und haben jetzt tatsächlich c in Abhängigkeit von b gefunden. Diese beiden Ergebnisse habe ich jetzt mal nochmal statt der ersten Gleichung eben das dahingeschrieben, statt der zweiten Gleichung das dahingeschrieben und das Ganze sieht dann jetzt so aus. Hier ist unser a, hier ist unser c, was wir gerade gefunden haben. Jetzt wirklich nur noch in Abhängigkeit von b. Also falls wir es schaffen sollten, b zu finden, dann können wir b hier einfach einsetzen und c ausrechnen. Genauso hier b einsetzen, a ausrechnen. Also das wäre schon mal ganz gut. b haben wir aber noch nicht, aber wir haben ja noch ein paar Gleichungen. In der dritten Gleichung zum Beispiel, was können wir da machen? Da können wir das c ersetzen. Wir haben c hier gerade rausgefunden, dass das so aussieht. Und dann würden wir das für das c hier auch mal einsetzen. In der dritten Gleichung steht also statt dem c das da, was wir gerade gefunden haben für das c. Dann geht es weiter. Minus d, also einfach die Gleichung weiter so abschreiben, wie sie aussieht, gleich 5. Okay, jetzt haben wir hier also eine Gleichung, in der d und b drin ist. Das heißt, was machen wir? Wir stellen diese Gleichung jetzt nach d um. Denn dann haben wir auch d in Abhängigkeit von b. Vielleicht rechnen wir plus d, damit es auf die rechte Seite erstmal positiv hüpft. Den Rest auf der linken Seite, den schreiben wir erstmal so ab. 5 plus d ist dann auf der rechten Seite. Und dann rechnen wir noch minus die 5, damit das d auch wirklich alleine steht. 3 minus 5 sind minus 2. Den Rest so abschreiben. Und das d steht rechts alleine. Wir haben jetzt also d gleich das da. Das habe ich jetzt statt der dritten Gleichung hier hingeschrieben. Das erscheint jetzt hier. Also, sieht gut aus, ne? a in Abhängigkeit von b, c in Abhängigkeit von b, d in Abhängigkeit von b. Und hier in der letzten ist jetzt nur noch b und d drin. Da können wir jetzt auch mal das d, was wir gerade gefunden haben, einsetzen. Und da ist da was nur noch in der Gleichung? Nur noch b. Und dann können wir b nämlich finden. Das, was wir wollten. Also, in der vierten Gleichung steht dann was? Das b bleibt, das soll drin bleiben, plus. Und statt dem d setzen wir jetzt das ein, was wir gefunden haben. Wir können erstmal so eine Klammer drum machen, dass wir das hier so einsetzen. Das komplette Teil, was eben d ist. Und auf der rechten Seite steht 12. Diese Gleichung lösen wir jetzt. Denn da ist jetzt wirklich nur noch b drin. Sieht noch nicht ganz so einfach aus. Aber gucken wir mal, kriegen wir auf jeden Fall gelöst. Vielleicht lösen wir erstmal die Klammer auf. Also, da haben wir was. Plus, minus 2 sind minus 2. Plus, minus, den Bruch sind minus den Bruch. Und rechts steht die 12. Wir wollen diese Gleichung nach b umstellen. b haben wir hier aber noch im Nenner. Das muss da raus. Das heißt, die komplette Gleichung müssen wir einmal mit b multiplizieren. Auch hier macht euch immer mal kurz Gedanken, wenn ihr mit etwas Unbekannten multipliziert, dass das nicht 0 ist. Kann ja aber auch gar nicht 0 sein, wenn es hier unten im Nenner stand. Sonst hätten wir ja hier schon durch 0 geteilt. Also von daher aber immer mal kurz drüber nachdenken. So, mit b multiplizieren. Das heißt, b mal b sind b hoch 2. Minus 2 mal b sind minus 2b. Also wir müssen jetzt jeden Teil mit dem b multiplizieren. Minus 15 geteilt durch b mal b. Haben wir ja extra so gemacht, dass das b wegfliegt. Dann steht da nur noch die minus 15. Und rechts nicht vergessen, 12 mal b sind 12b. Dann ist es eine quadratische Gleichung. Wir bringen mal alles nach links. Also hier die 12b auch mal noch rüber. Minus 12b, damit da gleich 0 steht. Dann haben wir b hoch 2. Minus 2b, minus 12b sind minus 14b. Und den Rest so abschreiben. Rechts steht dann gleich 0. Und wir haben eine standardquadratische Gleichung, die wir mit der pq-Formel oder abc-Formel oder dem Satz von Vieta lösen können. Oder quadratische Ergänzung. Ihr habt die Wahl. Sucht euch was aus. Wir nehmen natürlich die pq-Formel b12. Also hier schreibt man gerne x12, aber unsere Variable heißt b. Die pq-Formel, so wie sie aussieht, ist ja minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Also einfach erstmal hinschreiben. Dann schauen wir, was p und was q überhaupt ist. Das p steht hier bei dem b. Also die minus 14. Und das q ist die Zahl, die hier hinten alleine steht. Das ist die minus 15. Schön immer mit Vorzeichen. Und dann setzen wir das Ganze mal ein. Minus. p ist also minus 14. Schön mit eintragen. Geteilt durch 2. Dann plus minus. Wir setzen erstmal ein und dann rechnen wir gleich aus. Auch hier die p wieder eingesetzt sind. Minus 14. Das Ganze wird halbiert. Quadriert und quadriert. Und da hinten haben wir minus minus 15. Schreiben wir es erstmal so hin. Und jetzt wird gerechnet. Minus und minus wird plus. 14 durch 2 sind 7. Was haben wir unter der Wurzel stehen? Minus 14 durch 2 sind minus 7. Das Ganze wird quadriert. Also minus 7 mal minus 7 sind erstmal 49. Minus minus 15. Also plus 15. Das können wir schon mal zusammenrechnen. Das sind 64. Sehr schön. Es geht auf. Die Wurzel können wir nämlich ziehen. Die Wurzel aus 64 sind 8. Und dann bekommen wir zwei Lösungen für unser b. Wir wussten ja, dass es mehrere gibt, aber nicht, dass es zwei gibt. Eine erste Lösung für das b ist 7 plus 8 sind 15. Und eine zweite Lösung. 7 minus 8 sind minus 1. Das heißt, wir haben jetzt zwei unterschiedliche Lösungen für unser b gefunden. b kann also entweder 15 sein oder minus 1. Und dementsprechend berechnen wir jetzt alle anderen Variablen. Also wenn b 15 wäre, was ist denn dann a? Dann setzen wir das hier ein. Unsere gefundene 15. 15 durch 15 sind 1. c wäre dann was, wenn wir 15 hier für das b einsetzen. Auch da haben wir 3 minus 1 sind 2. Und das d nur noch ausrechnen dann. Minus 2 minus, was haben wir hier wieder? Minus 2 minus 1 sind minus 3. Also das wäre die Zahlenkombination, wenn b 15 ist. Und wenn b minus 1 ist, gibt es eine andere Zahlenkombination. Dann ist es a nämlich was? Wenn wir minus 1 hier einsetzen, 15 geteilt durch minus 1 sind minus 15. Was wäre unser c? Hier schön minus 1 eingesetzt. 3 minus und minus können wir zu plus machen, dann ist es schöner. 3 plus 15 sind 18. Und dann fehlt nur noch das d. Hier auch minus 1 eingesetzt, wird wieder minus und minus zu plus. Minus 2 plus 15 sind 13. Und das sind eben die Zahlenkombinationen, die funktionieren hier als Lösungen. Können wir ja mal die eine davon testen, wenn wir für a 1 einsetzen. 1 mal 15 sind 15. 1 plus 2 sind 3. Und hier haben wir 2 minus minus, also 2 plus 3 sind 5, das stimmt. Und 15 plus minus 3, also 15 minus 3 sind 12. Auch das stimmt. Und ihr könnt ja gerne mal testen, ob unsere zweite Zahlenkombination passt. Aber mathematisch haben wir das rausgekriegt. Das sind dann auch die einzigen beiden Lösungen, die es gibt. Das heißt, wir haben alle Lösungen gefunden und sind happy, hoffentlich. Dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.